Ja, willkommen zurück zu Let's Play Transformers War of Cybertron. Wir müssen eben noch Starstream. Tschüss, meine Damen und Herren. Es ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten in der letzten. Ich glaub schon. Ähm. Ah ja. Das hatten wir schon in der letzten Aufnahme, aber der Speichelpunkt ist irgendwo erst da vorne, deswegen... Ne. Ist das jetzt so? Okay. Die Energieleitungen am Boden sollten uns direkt zur Energiequelle führen. Ganz komisch, dass man das nicht ausschießen kann. Der Energiekern muss irgendwo in diesem Raum sein. Das sieht nicht gut aus. Höhe um alle. So eine gute Technik hat man immer gern. Aufreißen. Was? Hä? Was war das jetzt? Höh. Höh. Okay, I don't know, ob das gerade jetzt war. Ja. Gut. Vielleicht soll ich einmal die Schrot geben. Was ist das? Eine Art Autoportfalle? Es ist eine Barriere, die Feinde ausspüren. Also ist das eine Pflichtseite. Doch wir müssen vorsichtig sein. Ruhe! Ich würde sich einfach mal die Schlauzeilen. Bin ja Deceptikum, ich muss ja böse sein. Guck mal. Hui. Das sieht nicht gut aus. Er wechselt. Da. Ah. Die gehen wir noch mit der Zeit. Kackfücher. So, wo lang? Na, Van Diebel. Geht's lang? Besser auf damit. So, ich aber nicht. Mach, was ich will. Ich muss hin. So, vielleicht sollte ich mal weg die Tür gehen. Ah. Nö. Autobots, hier ist Zeta Prime. Seid wachsam. Die Decepticons wollen die Energon-Brücke reaktivieren. Dadurch hätten sie Zugang zu einer instabilen Energiequelle, die... Das hätte ich nicht besser sagen können. Erlaub, erlaub! Der Käse-Ber-Beat. Erlaub, erlaubt sie. Feuer auf diesen Decepticon konzentriert. Feuer, Herr Katastrophe. Feuer! BAM! Geil! Die schießt so und die schießt so. Offline! Man strapaziert meine Geduld und kommt damit ungeschlagen. Zerstört sie! Füllung abgeschossen! Vorsicht! Die Flieger! Wow! Kuckuck! 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 Ich glaube, das ist genau was du brauchst. Ich fühle das. Mal sehen was du brauchst, auch Raketen! Schwell, in Deckung! Meine Scans zeigen, dass diese Tür in die nächste Schlucht führen sollte. Warte nur, du Autobotner! Warte nur, du Autobotner! Alles klar! Alles klar! No! No Money! No Money! I have no money! Don't! No! No! Kacke! Fresse mein Freund! Ich hab keine Money mehr! Du Kackbratze! Stirb! Vielen Dank, Thundercracker! Ich werde nachladen. Nähe dich in die Tür... ...und sieh! ...und sieh! Das war's! ...und sieh! Hör mit dem Gejammer auf und such einen anderen Eingang. Meine Scans zeigen ein Energon-Lager unter uns an. Sehr gut. Dann ist da unten vielleicht eine Höhle. Wo sind wir? Wir sind nicht da, wo wir sein sollten, Skywalk. Also Bewegung! Pures Energon ist hochflüchtig. Und ein Flug durch diese Gegend ist sehr gefährlich. Wir sollten vorsichtig sein. Bringt eine Logik-Schaltung in Ordnung, Thundercracker. So schlimm kann es nicht sein. Au. Wow. Cool. Wuuu, go high So geht's natürlich auch Hm Wir nähern uns, der nächste Eingang ist am anderen Ende der Schlucht Dieses Autobot-Shift generiert einen Energieschild über dem Eingang Was sehe ich selbst, Thundercracker, Ruhe jetzt, zerstört es Du erst auf die Mörder zielen I'm going Dieses Ding ist genauso verrückt wie ich Feuer einfach, es kann zerstört werden, wie alles andere auch Was ist denn seine Sicherheit? Sie können damit mit den醫ивают? Wenn der Sch Awak ist der Schick im Himmel, ich bin der Schick im Himmel Ich bin der Schick im Himmel, ich bin der Schick im Himmel Ich bin der Schick im Himmel, ich bin der Schick im Himmel Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was? 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 Was?